Die Maps sind auch irgendwie bewirrender geworden. Bitte warten wir jetzt mal hier. Ah ja doch. Ich dachte jetzt gerade. Ne, wir müssen. Nur die Frage, ja hier so lang rauszukommen. Ja, das kommst du ja nicht raus. Das sind Elite-Viecher. Überall. Überall, wo hast mich denn hier hingeführt? Das sind alles Elite-Viecher. Fee, wir sind sicher, dass wir hier durch müssen. Ja, müssen wir scheinbar. Ich gehe in Geistergeburt. Und wir sind noch nicht mal wirklich. Ne, wir sind auch in die falsche Richtung gelaufen. Doch, wir kommen in Sumara rein. Wo? Wenn wir jetzt hier runterlaufen, dann sehen wir. Wir hätten jetzt in eine andere Richtung. Hier runter. Rücklappt. Warte, wo bist du? Ja, los. Wo denn los? Ich, boah ey. Guck doch mal, wo der mal ein Punkt ist. Alter, wo rennst du denn jetzt hin? Nein, wo läufst du hin? Falsche Richtung. Wo willst du denn jetzt hin? Da bist du. Wir hätten vielleicht doch andersrum gesollt. Ach. Du hast gesagt, da lang. Bist du auch Wolf? Nee, Katzewind. Ach so, wollen wir. Weil das sind also Nietefiecher, ne? Ich schleiche schon den Katzen gestalt. Ich hoffe, dass du überlebenst. Ich hoffe, dass du überlebenst. Ich glaube nicht. Nein, kann man nicht. Ich hoffe, du folgst mir gerade nicht. Doch, ging ja nicht anders. Ich bin ja schon am Rutschen. So, ich hab da aber glückliche, ich hab keine Reinkarnation machen. Ich muss mich dann gehen. Ich bin wieder da. Zack. In jetzt. Ich kann mich Reinkarnation machen. Nicht denn. Ja, aber wenn wir schon in... Ach so, weißt du, wo du musst du auch gar nicht mal so weit wegschauen. Da unten Höhle bei mir. Ich guck mal eben. So, hier ist der Hochberg. Ja, aber die kommst du jetzt zu meiner Leiche. Ach so, da kommt sogar nicht hin. Da wird so nie hinkommen, weil du bist ja in der auf dem Wasserfall auf so einen in so einem Wasserfall auf den Stein geknallt. Ja. Entdeckt Sumara. Da kommst du nicht dran. Du musst dich da wiederbeleben und, ja, 30 Minuten eben zu, ja, nix machen. Die Mondwach-Festung. Ich beleb mich wieder, aber wo bin ich denn jetzt? Nur nicht so weit. Ich bin zu dir, das ist jetzt die Frage. Das weiß ich nicht. Ich guck gerade erst mal generell habe ich andere Probleme und so weit. Nein, das machen wir jetzt nicht noch mal. Ich weiß nicht, ich bin in der Nähe. In der Frost wacht. Da bin ich. Ja, das klingt ja schön. Komm ich zu dir. Ach so, Wasser wandeln. Na, ich glaube, ich muss mich nochmal töten. Da, so war nicht so schön. Ich komme ja gar nicht zu dir. Nö, bis wir auch niemals können. Ich glaube, ich muss nochmal sterben. Was will ich eigentlich sagen? Nichts denn jetzt. Ich bin in der Nähe. Ja, 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 jetzt gut. So, einmal hochheilen. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. So. So, oh, 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 oh. So, sieht man noch keiner unbedingt. Oh, oh, oh. Da habe ich aber auch falsch gedacht, dass mich keiner sieht. um ich glaube ich in die falsche Richtung kann das sein du auch ich darf nun gar nicht ich kenne jetzt nicht viel machen ich komme hier nicht mal weg im Moment Jusumot und hieß eine Höhle muss ich da durch nicht jeweils Bernd gestalten durch weiße was wir machen wir Portmann nach Dalaran was helfen davon irgendwie müssen wir dann nach Sumara kommen ja natürlich mit dem Flugpunkt ich habe da keine dann hast du Prozent ich habe da echt keine Flugpunkte das lustige Jahr die ist nicht warm so wollen man Poptanen Monsenmann Ruhnstein die 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 und nach Dalaran die 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 so 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 hier sind und jetzt müssen wir nach Sumara oder so dann wäre das gar nichts gemacht in Zimmer doch auch das sind wir sogar schon durch ruhig jaha wenn ich nur keine kapitel gespielt wie war dann noch mal mit dem was nicht zu da durch ein patch ist da was ganz neues erschienen das ist neu gemacht worden ja das heißt dann müssen wir es ja trotzdem noch mal alles machen viel Glück ne das sind wir ein anderes Kapitel jetzt ein paar Jahre als sie alles genau in der Kapitel sind wir schon da in der anderen Schleswig-Holm am Flugmeister dann kommst du auch nicht dahin wenn du nicht Meri Deal Sumara hast es trägt ein über sein Wort so wird er ach da ist der Flugmeister genau ich bin direkt über unseren Punkt müsste direkt der erste Flugpunkt sein du hast den grünen Punkt wo wir sind noch nicht entdeckt oh dann hast du ein Problem ich hab den nicht dann hast du echt ein Problem dann kommst du da nicht hin dann hast du wahrscheinlich selber noch gar nichts gemacht du könntest jetzt natürlich zu deinem Portal gehen so wie ich das gerade mache ich werde du kannst dich dann porten und dann kannst du gucken ob du noch mal eine Mission auswählen kannst in der Zeit könnte ich mal meine Sachen verbessern welches Portal denn? ja wo du wieder zu deinen äh Künsten gehst ich habe euch überall gesucht nein oh geweckt der Kopf in der Kristallkugel ich versuche mal etwas Neues ja äh ich habe kein Portal an sich hier nicht dass ich wüsste du musst ja irgendwie wieder zurückkommen ich habe so einen Stein ich konnte so noch mal gucken was war anders noch was anderes Bündnis ich muss noch mal zu sehen müssen können so uns ist es nicht kommen ich dann noch mal zu ich hab doch deine Fähigkeit so und so wie ihn kann man nach einschicken achte auf die den kümmern st 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 Was soll ich jetzt machen? 2% Chance, alles klar, lass mit. Äh, auf der Angriffskarte. Kannst du gucken, ob du dann irgendwie eine Orden kriegst da hin. Hättest du da hingeschickt, wirst. Wir haben doch nicht wirklich viel in Somara gemacht. Ja, habe ich dir gerade zehnmal schon erklärt. Ja, das ist ja nicht so, dass du jetzt hier. Hier braucht wohl hin, es ist das andere Loch. Der Wind hat mir eure Namen zugeflüstert. Komm, ich bin jetzt. Oh, es ist alles besucht, mittlerweile. Nö, nö, nö. Doch, ich hab noch ein zweites Portal. Was war anders hinführt, mittlerweile. Du wirst, Wind und Erde weiter aufzeichnen. Der Schicksalshammer. 5.1 anmerkungsvoll. Hinsprecher. Ich wüsste jetzt auch gar nicht mehr, wo du. Das sieht bei mir jetzt sogar anders aus, mittlerweile. Ja, ja, aber es ist jederweise. Natürlich, wenn man sie dann auch losgeht. Wir müssen jetzt hin. Geht mit der Erdenmutter. Die, 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 die. Ich erwarte eine Leckerei. Gebt weg. Ich hab hier ganz zwei Portale. Also, zwei, äh, Tore. Ja, fliegen, stimmt. Bei manchen. So hab ich jetzt hier mal Gegner. Ich hoffe, euch bald wieder zu sehen. Also, ich zum Beispiel könnte, glaub ich, gar, ich kann gar nicht mehr die Karte anklicken. Ich hab, ich weiß gar nicht mehr, wo die Karte ist, weil ich habe, äh, ganz komische Sachen mittlerweile. Könnte aber ein Kampfgefährten, oder? Ja, ne. Ich weiß gar nicht mehr, wo meine Karte ist. Ist lustig. Ich hab jetzt 10.000 Portale. Ihr braucht wohl Hilfe, oder? Ich weiß nicht. Äh, da war ich ja noch nie. Wie, wo warst du noch nie? Ja, in den Gegenden. Ich hab hier 340 Portale. Hä? Du, du musst zurück zu deiner Base. Ja! Das Problem ist, ich kaum da mit einem Stein kann ich mich zurückführen in dieser Zwischenwelt, ja? Ja. Traumwanderung. Ich habe aber jetzt mittlerweile 10 Tore ungefähr gefühlt, ja. Ach so. Keine Ahnung. Ja, das ist sehr geil, weil ich nicht weiß, wohin. Ja, man muss ja aufhören zu spielen. So. Alphawolf. Wenn euer Wildgeist aktiv sind und ihr tobende Blitzeeinsatz greifen, eure Wölfe in den nächsten 8 Sekunden lang alle Gegner in der Nähe an. Ich weiß mittlerweile echt nicht mehr, wohin. Waffen der Elemente erhöht. Ich hab hier nicht mehr raus. Ich. Ich. Da hab ich zwar ein Flugzeugpunkt, super. Artifakten. Alter, wie viel Artifakt braucht, wo ich denn? Du, es ist nicht so toll. Hallo. So, dann nehmen wir mal die ganze Artifakt. Total. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, du. Alter, wie viel Artifakt macht man auch mal den? Ach, ich mach 1.000 oder was? Weiß ich, ich. Das hat sich alles verändert. Ja, sicher. Ja. Ich hab 20.000 Portale und ich finde jetzt nix mehr. Ja, du kannst doch lesen, oder? Nee, ich weiß nicht welches Portal ich rein muss. Ja, du weißt aber. Nein. keine base oder ja aber du weißt ja noch wo du hin müsstest die haben vorher nicht da ja aber du weißt ja wo du hin musst eigentlich ich weiß ja zum Beispiel dass ich zum Malstrom muss ich muss in die Traumwelt ja aber wo genau ist lustigerweise nicht mal mehr eingezeichnet in der Map Buhh Katka verfolgt mich Katka verfolgt mich das ist nämlich sehr lustig Katka verfolgt mich ich komme nicht mehr zurück zu diesem blöden Portal also noch mal zu 3 noch mal zurück kannst du jetzt nicht mehr und daran kannst du nicht daran kannst du jetzt auch blicken da musst du 30 Minuten warten oder Stunde also noch mal zu Orgrimmar wissen es importen ich hab weil Mittlerweile weiß ich nicht wie viele das siehst du nicht mehr wenig muss so zurück zugelang die 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 sie müssen die sie sind und ist immer nur ein und wollte und zufrieden das ist das Land der Ladebildschirm ist schon ganz komisch es war hat kommt Baunen gut Traumfahrt ja Stuttgart das ist real ich kann nur aus der Hand acht der Heim der Träume da ist jetzt alter Volta ich hab 6 Portals das ist nicht lustig Vorsicht Katka verfolgt dich Vorsicht Katka verfolgt dich nicht annehmen dann geht die Story an sich weiter eigentlich wo denn ich bin doch gar nicht ein Dalaran hä? nein labert ja auch keiner ich hab dir gerade gesagt Vorsicht sonst verfolgt Katka dich hab ich gesagt seitdem Dalaran bist oder was bin ja schon irgendwie jetzt zum Heim gekommen ja ja deswegen pass auf Katka verfolgt dich ja ich nehme schon nicht an keine Sorge ich muss erst mal gucken wo ich jetzt nicht glaube ich als Kopfhinterherr also bei mir auf jeden Fall so ein Kopf ja ich hab'n Kopf labert nervt Prozent Wartemanns so sagt es jetzt zu diesem ja da wurde normalerweise die Mission damals angenommen hast also zu gucken wurde angreifst ja ja an diesen ein Missionsversorgericht abgeschlossen wo die Weltkarte ist uuuh nachhin ich wollte nicht Porten schrieze ja aber wenn du die nicht hast dann hast ein Problem wenn du... ich hab hier diese normale Weltkarte wo du auch die eigentlich du Missionen schickst ne? wenn nicht die... ja aber da müsste dann auch da deine damaligen Missionen da sein also wo du jetzt als nächstes angreifen möchtest und als sowas äh... weiß ich jetzt gar nicht ich zum Beispiel hab das nicht mehr weil ich habe nicht mehr weil ich war ja schon überall hab die auch nicht mehr dann warst du eigentlich auch überall dann müsstest du auch einen Flugpunkt haben ich habe keinen Flugpunkt dann... weiß ich nicht dann musst du einen Support anschreiben oder was bei sich da wo die... wo die... äh... Weltkarte ist da hab ich jetzt nur noch die Mission für... genau dann hast du alles äh... erledigt und hast soweit die wichtigsten Flugpunkte für die... die... die Orte um zu bereisen genau dann hast du jeden... also du kannst dann jedes... äh... hier was weiß ich bei den verheerten Inseln ansteuern Sumara, Asuna... ne kann ich ja nicht da hab ich ja keinen Flugpunkt dann musst du... dann müsstest du aber trotzdem noch ein Ding haben ne... hab ich ja nicht ja dann machst du irgendwas falsch oder bist blind an zum beiden nein da ist nix du dann kann ich auch nicht helfen ach... machst du das mal ne Quest für habe dann nichts ja dann kann ich ja leider nicht weiterhelfen dann weiß ich auch nicht das ist nämlich Missions der Ordenshalle Missions für die Ordenshalle ist das ja da hab ich nix na dann... muss ich leider selber nach Sumara fliegen ich habe da wirklich keinen Punkt ja... pff... dann weiß ich auch nicht keine Ahnung normalerweise kommt jeder nach Sumara weil wir da ja auch schon mal waren deswegen... ich hab auch nur einen einzigen Flugpunkt da ne... den hab ich ja nicht mal ok 2... dann muss ich zu Fuß hin 3... ne... ähm... ja da musst du nach Falschera... von Falschera irgendwie rüber laufen da musst du... weiß nicht... hier die Sternen... äh... was ist das... Sankzuflucht... Falschera... dahin äh... ich muss erst mal einen Flugpunkt finden hab ich wohl gesagt wohin ja... ich muss erst mal generell einen Flugpunkt finden ich bin ja bei mir im Heim der Träume total nach Dalaran... da ist satt... so... ich hab einen nervigen Kopf die ganze Zeit hinter mir da... sagt es nach Falschera... äh... ich glaub ich weiß auch warum was denn? ich weiß auch warum du da nicht hinkommst warum? ähm... du hast den Fall damals nicht gemacht welchen? ähm... wo die... die Dame beschützen muss ähm... das ist das Neue ja und wie komm ich... warte mal... du sagst es nach Falschera, ne? ne du... das bringt dir nix es bringt dir nix das Gebiet gibt es für dich nicht ja doch... nein das gibt es nicht für dich... für dich... du wirst hier nix sehen also auf jeden Fall wirst du das alte äh... sehen aber nicht das neue also muss ich... genau... dann hätte ich auch im Hain bleiben können und meine Quests alle machen können und mich umsgehen können genau... um da nochmal die Quests zu machen wo du siehst so viel genau... wo los ist das so schien ist zu da habe ich hier auch noch eine Quests ach ja klar die Kräste ich abgebrochen habe ja da kommen auch noch mal neue Welt Prozent mit größten zu werden also die habe ich und die Kronen mit der Jungen das heißt muss eigentlich alle meine Quests machen nicht die Christschaft Nürnberg und er doch der mich in Falscher ne du musst die Prozent die Bildtun so da unterm Schild beschützen dafür muss er weiß man komplett mein ganzes Schaum gehen wir mussten dann alles schaffe ich und verstehe immer noch nicht warum alles besser erst machen muss für die Waffe weil sie so ach du musst ja noch eine neue Waffe holen in den Schaum in der Neue dann muss alles noch mal nur wochen ja das heißt alles noch mal ne muss ich nicht nur noch einer versuch doch danke versuch dir doch einen Helfer mitzunehmen ich habe zum Beispiel gerade bei mir den Schafseher mit dabei jetzt ja das bringt aber nichts ich kann die nicht mal einzeln ziehen das ist ja das Problem ich bin trotzdem vorher tot ich glaube der heilt mich gerade äh wenn ihr Schaden erleidet besteht die Chance dass der Schafseher Nobius erscheint und euch hilft eine Beruhe hält euch aus heilt euch und greift Gegner in der Nähe an ah ok cool aus dem kann ich den im Moment nicht mitnehmen warum auch immer ich kann keinen den hast du ja auch bestimmt nicht du bist kein Schamane nein aber ich kann meine noch nicht mal mitnehmen das ist ja das geile wenn die unterwegs sind ich habe auch nur noch einen da drin komischerweise dann hast du ja noch unterwegs nein sind die ja nicht ja die sind nicht einfach weg die muss die nur abholen woher noch ich weiß wie lange dauert so wir alle von Neumachen nein muss ich doch nee muss ich nicht muss nur einmal die Artefaktwaffe holen und dann kann ich ja und kannst jederzeit beliebig umskillen h mit geheimen und ich verdauere dauerlich liegen also kommt es mal zu machen außer die Begriffe ist von Katka noch und Prozent im Jahr wie den nächsten Kress von Katka weil er schickt unser zweiter ich meine wir können die gerne annehmen oder beziehungsweise Chromie ähm nein wieso? Nein äh nein das ist ja nur eine optionale Sache ähm genau ich meine wir können uns gerne versuchen aber das wird wahrscheinlich nicht gehen ähm ähm äh 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 ich brauchte mich gerne wieder zurück in zwei Minuten und dann können wir das gerne mit Chromie machen ähm ne du hast ja gesagt schaffen wir nicht ich glaube nicht weil ich glaube das ist ein Schlachtzug ja dann muss ich halt gucken dass ich was ganze Scheiß Chris annehme und die alle nach und nach durch äh prätsche äh äh der Kopf geht mir auf den Sender ich kann einfach auch fliegen anstatt da noch mal noch und dann fliege ich und dann noch das mache ich muss auch noch zum schamanen quest machen ja ja klar weltweite muss ich schon mal ein quest weltquest wäre jetzt nimm nacht süchtigen in dala rahn 11 samurama so hundert buch jetzt hin alter hat achts nur aus auge was soll das müsste ich machen und fein aus der luftmissionen ja ich habe ja und einige kreis soll ich auch nicht müssen und ich habe ich hier noch aus der luft zum anderen nach oben schluss Osten hier noch eine Quest, boah. Ja, da, da ist so ein Sack. Und Katka. Ja, 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 ja. So, jetzt bin ich wieder hier. So, wo bist du denn? In Dalaran. Wo bist du denn da? Ich bin ja noch gar nicht da. Du hast gerade gesagt, du bist in Dalaran. Nein, ich bin nicht mehr in Dalaran. Ich habe gerade gesagt, ich komme zurück nach Dalaran. Dann können wir die Quest jetzt gerne machen. Jetzt schaffen wir sowieso da nicht. Hast du gerade noch gesagt? Ja, du wolltest das ja unbedingt machen. Jetzt bin ich schon hier. Boah, ich habe doch gesagt, du musst doch auch noch deine... Du hörst mir gar nicht mehr zu. Das ist das, warum ich echt lang... So. Was ist denn dann hier? Chromie benutzt? Was ist denn Chromie? Was ist denn Chromie? Was ist denn hier? Hier? Ach, runterfläuft. Runter... Runter muss es sein. So. Was ist denn das Proton? Gerade durch. Du, 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 du. Ah! Portal zum Tempel! Was für ein Tempel? Ja, da wo du mit Chromie ist. Wann mach ich das alles spät? Tempel... Was ist der Leranskrater? Schau! Portal zur Höhlen der Zeit... Nö!